Wer ernsthaft Online-Poker spielt, verwendet früher oder später Hold-Manager 2 und Node-Caddy, um sein Spiel mit Hilfe von Statistiken zu verbessern. Allerdings sind die Hold-Manager-Statistiken oft ungenau oder decken viele Spielsituationen gar nicht ab. Node-Caddy Nut-Steps differenzieren, gegen welche Spielertypen es geht, bzw. wie die Gegner sich gegen verschiedene Spielertypen verhalten. So erhalten auch erfahrene Regulars ein Plus an relevanten Informationen und werden in die Lage versetzt, bisher verborgene Leaks zu entdecken. Unsere bisherigen Kunden waren begeistert. Du wirst es auch sein. Node-Caddy Nut-Steps sind für alle Tischarten und Levels entweder als individuell konfigurierbare Statistik-Packages oder als vorgefertigte Pop-Ups erhältlich. Einfacher geht es nicht mit Node-Caddy Nut-Steps.com Und jetzt machen wir heute die Um form戲 zu überarbeiten weiter, bis zum Beispiel auf den Weg zu unterschließen. Und jetzt kann noch eine neue Gru marketing flammen be absoluten. Vielen Dank.